Einen wundervollen guten Morgen und herzlich willkommen zurück zu OpenVPN in der OpenSense. Wir haben das letzte Mal alles hier so eingerichtet, dass sich ein Client direkt verbinden kann, allerdings nur mit Passwort und Username natürlich und dann alles machen kann, was man eben mit dem VPN machen kann. Aktuell gibt es noch keine Unterschiede dazu, aber wir könnten das nun natürlich einschränken. Das heißt, wer keine lokale IP-Adresse hat, sprich wer nicht mit OpenVPN verbunden ist, der darf zum Beispiel nicht auf das VLAN zugreifen oder diese IP-Adresse. Wir könnten das alles jetzt also in unserer Firewall einrichten. Und das ist jetzt tatsächlich etwas, das wir machen können, aber wir haben eine Sache noch nicht bedacht. Und zwar, der Client muss sich noch aktuell nur mit Username und Passwort anmelden. Und das ist ein bisschen doof, denn genau diese Konfiguration könnte jetzt jeder von euch nehmen und dann einfach das Passwort hier brute forcen. Und das ist nicht ganz so schön. Deswegen gibt es hier einen zweiten Faktor. Und ja, ihr wisst wahrscheinlich alle, ich bin riesiger Fan von zwei Faktor-Authentifikationen. Und in dem Fall ist der zweite Faktor hier tatsächlich einmal ein Zertifikat, also richtige asymmetrische Kryptografie. Und wer es nicht hat, der kann da eigentlich nichts mit machen. Jetzt ist natürlich das Verfahren auch nicht absolut bombensicher, aber dazu sage ich am Ende noch kurz was. Erstmal brauchen wir ein solches Zertifikat. Und dieses Zertifikat muss natürlich für einen Nutzer sein. Solche Zertifikate dürfen nicht geteilt werden. Ich wiederhole das nochmal kurz. Zertifikate, also die Private Keys davon, dürfen nicht geteilt werden. Das heißt, aktuell haben wir die Situation Username und Passwort. Passwörter sollte man nicht teilen, richtig? Das heißt, wir legen für jeden Client, der sich hier einloggen kann, einen eigenen Client an. Deswegen gibt es hier mehrere. Und wir können jetzt auch tatsächlich hergehend natürlich mehrere Server anlegen. Aber wir könnten auch das Username-Passwort-Kombinations-Ding an mehrere Leute schicken. Und das wäre absolut katastrophal. Ähnlich sieht es bei dem Zertifikat aus. Jeder Client bekommt sein eigenes Zertifikat. Und das wollen wir heute machen. Dieses Video entsteht in Kooperation mit Hetzner. Auf Hetzner.com könnt ihr euch alles holen, was das Server-Administratorenherz begehrt. Von Webhosting über Storage und Managed Servern bis hin zu dedizierten Servern oder Cloud ist alles dabei. Für diese Tutorials nutzen wir einen dedizierten, sehr leistungsstarken AX41-Server mit 6 Kern und 64 GB RAM. So kann ich euch alle Techniken zeigen, die ich euch zeigen möchte. Für viele Fälle machen aber auch schon kleinere Server durchaus Sinn. Mehr Informationen sowie eine grundlegende Tutorial-Reihe für die ersten wichtigen Schritte auf eurem Server findet ihr, wenn ihr auf den Link in der Beschreibung klickt. Viel Spaß! Okay, also als allererstes brauchen wir nicht nur einen User bzw. einen VPN-Client, sondern das ist ein richtiger User für diese gesamte OpenSense. Deswegen, ich habe so einen schon mal angelegt. Hier, er heißt Morpheus. Wir werden gemeinsam einen anderen anlegen und den werde ich euch dann natürlich zeigen. Also, wir gehen hier auf System und dann Access und hier haben wir quasi die komplette Access Control. Und die, die jetzt meinen Kanal schon etwas länger verfolgen, wissen, dass ich eigentlich schon seit Urzeiten eine Serie zu Access Control machen möchte, weil ich das Thema wahnsinnig faszinierend finde. Es kann einfach noch so viel mehr gemacht werden als, ja, ist es komplex, okay? Und es ist ziemlich cool. So, was wir also machen können ist, wir gehen hier unter die User und legen hier einen neuen User an, selbstverständlich. Und hier kann man natürlich auch sagen, der User ist disabled, der User ist enabled und so weiter und so fort. Wir geben dem jetzt hier mal einen Testnamen, Tutorials Guy, nennen wir ihn einfach mal Tutorials Guy. So, ein Passwort holen wir uns von unserem Passwort-Generator, den ich mit Anleash zusammengebaut habe. Das wisst ihr ja vielleicht noch, in unserem Fall muss das eigentlich gar nicht so lang sein. Kann mal hier so 20 Zeichen sein. Gut, das wird komplett zufällig in JavaScript erstellt, also auf der Webseite. Das heißt, es wird nicht an den Server geschickt. Es ist auch gar nicht auf dem Server, wo es generiert wird. Und ich habe selber geschrieben, deswegen weiß ich, dass das ganz gut ist. Genau, also wir benutzen auch nicht irgendwie Zeit oder sowas als random, beziehungsweise ich nutze das nicht. Okay, so, einmal kurz eingefügt hier. Und ja, wir könnten hier auch ein Scramble-Passwort generieren. Dann haben wir hier einmal den vollen Namen. Ich würde sagen, unser Mensch heißt hier Tutorials Guy. Die E-Mail ist Tutorials Guy at the minus Morpheus, ups, the minus Morpheus.bit. Wissen wir natürlich. Kommentar für die Tuts. Preferred Landing Page lassen wir einfach mal so. Login Shell, no login ist ganz gut. Expiration Date, wann läuft er denn aus? Er läuft nicht aus. Und hier können wir ihm jetzt eine Gruppe zuweisen. Und Gruppen, das ist nochmal ein eigenes Thema. Wie gesagt, Access Control Systems ist eigentlich eine Serie, die ich schon sehr lange machen möchte. Es ist einfach so, wie coole Sachen zu erzählen gibt. Okay, Zertifikate. Und das ist genau der Punkt, wo wir hinwollen. Wir können hier einfach sagen, click to create a User Certificate. Und das ist genau der Punkt, den ihr haben wollt. Ihr generiert dann im Endeffekt ein User Zertifikat. Und das ist ganz cool. So, und jetzt machen wir hier einmal ein neues Secret, das soll generiert werden. Bitte Authorized Keys. Das ist im Endeffekt, wenn ihr euch per SSH bzw. wenn ihr euch irgendwie anders anmelden wollt und einen Key, also privaten Key, schon bei euch auf dem System habt. Und genauso kann ich bei IPsec hier einen Pre-Shared Key eingeben. Machen wir in beiden Fällen nicht, brauchen wir beides nicht. Kann man aber auch nachher noch einfügen, wenn man das braucht. Und sagen hier einmal Save. Okay, unser Tutorials Guy ist jetzt also hier, wo wir ein Zertifikat erstellen. Wir sehen, wir sind im Menü ein bisschen woanders hingerutscht, nämlich unter Certificates. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wir können entweder ein existierendes Zertifikat vielleicht von woanders importieren. Einfach hier quasi die öffentlichen Daten, also das öffentliche und das private, einfügen. Das geht. Wir können aber auch einfach ein internes neues Zertifikat bauen. Oder ein Signing Request erstellen. Oder ein Certificate Signing Request erstellen. Oder Choose an Existing Certificate. Wollen wir alles nicht. Wir wollen ein neues, internes Zertifikat haben. Und der Descriptive Name Tutorials Guy, das ist wunderbar. Certificate Authority ist die OpenSense CA. Wir haben nur diese eine, die haben wir in einem früheren Video erstellt. Ihr erinnert euch, um Zertifikate ausstellen zu können. Genau das war ja der Sinn von der OpenSense CA. Dann haben wir hier die Möglichkeit, entweder einen Server oder einen Client zu bauen. Oder sogar eine Certificate Authority zu bauen. Oder beides auf einmal. Wir wollen selbstverständlich hier einen Client haben. Wir können hier den Algorithmus auswählen. Ich bin eigentlich ein Fan von den elliptischen Kurven. Und ja, hier kann man die Stärke einstellen. Also quasi wie Vibits. Ich bin hier wiederum ein Fan von dem stärksten Algorithmus. Ich nehme halt gerne das Krasseste, was verfügbar ist. Auch wenn es ein bisschen langsamer ist. Ich glaube, Rechenpower haben wir mittlerweile genug. Zumindest ich habe genug. Sorry, der musste sein. Wir können jetzt hier beim Private Key dann am Ende entscheiden, ob wir das hier speichern wollen oder ob wir den runterladen und nicht speichern wollen. Dann hat die OpenSense quasi keine Ahnung von dem Key. In dem Fall sollten wir es allerdings online speichern, weil wir es am Ende hier unten beim VPN natürlich immer als OpenVPN-Zertifikat runterladen wollen. So, und dann haben wir hier zum Glück schon alles eingefügt. Das heißt, wir haben einmal hier den Countrycode.de. Wir haben meine Provinz. Wir haben meine Stadt. Wir haben The Morph is Tot. Wir haben Kontakt at... Das wäre dann die falsche E-Mail-Adresse. Ist egal. In dem Fall passt das auch in Ordnung. Und genau. Das ist eigentlich alles, was wir hier brauchen. Jetzt machen wir hier Save. Und wir haben ein neues Zertifikat erstellt. Und demnach ist hier auch das Zertifikat hier im Endeffekt drin. Und ja, wir können hier allerdings auch mal ein neues Secret erstellen, wenn ihr es jetzt gerade hier gesehen habt. Und genau. Damit haben wir ein Zertifikat hinterlegt für unseren Tutorial Sky. Und wir gucken uns das sofort mal an. Wenn wir hier unter Trust gehen und Certificates, dann sehen wir hier, jedes Zertifikat, das es gibt, ist hier aufgelistet. Und ein paar, oder um genau zu sein, eins hat hier die Möglichkeit, dass es gelöscht werden kann. Die anderen gar nicht. Das hier ist einmal das Zertifikat von der WebGUI. Das ist das hier im Endeffekt. opensense.theminiosmaufex.biz. Ihr erinnert euch, diese Verbindung ist sicher, weil das Zertifikat von R3 signiert wurde. Die anderen drei Zertifikate, also das ist von Let's Encrypt quasi. Die anderen drei Zertifikate sind von unserer CA, also von uns selber ausgestellt worden. Sind auch unterschrieben worden. Und wir vertrauen den Zertifikaten zumindest in der Opensense. Weil wir wissen, dass wir eine gültige, nicht bösartige CA sind sozusagen. Und genau, jetzt kann sich der Morpheus mit seinem Zertifikat einloggen, der das VPN zerrt. Das ist nur für den VPN da. Wir sehen, dass das hier auch für den Server gedacht ist. Ja, hier steht Server. Und es ist keine CA. Das bedeutet, es ist keine Certificate Authority. Das heißt, es kann keine weiteren Zertifikate ausstellen. Und wir haben hier noch den Tutorials-Guy und der ist weder CA noch Server. Und so soll es ja auch sein. So, und jetzt können wir hier entweder das User-Zertifikat exportieren, den User-Key, das ist der private Schlüssel, exportieren. Oder beides auf einmal exportieren. Brauchen wir alles nicht. Ja, wollen wir alles gar nicht machen. Wir sind hier eigentlich fertig. Wir wechseln hier rüber auf den VPN, auf den OpenVPN. Und dann den Client-Export, beziehungsweise erstmal die Clients natürlich, weil wir es hier umstellen müssten, wenn wir dann soweit sind. Hier sollte dann natürlich nicht mal der Morpheus als User angegeben werden. Wobei das unabhängig ist. Ja, das ist nur für VPN die Login-Daten. Also hier könnte man jetzt den Tutorials-Guy angeben und hier unten könnte man nicht None machen, sondern man kann hier sagen, welches Client-Certifikat für diesen Account, für diesen Client hier zum VPN-Verbinden benutzt wird. Und wenn ich das jetzt hier auf den Tutorials-Guy umstelle, dann wird hier nicht nur nach Benutzername, Passwort gefragt, sondern es wird auch zusätzlich noch nach dem Tutorials-Guy-Zertifikat gefragt. Und das zeige ich euch mal eben. Das heißt, wir speichern das hier einmal ganz kurz. Und die Login-Daten für meinen Client-Export, die bleiben jetzt hier dieselben. Das heißt, ich kann weiterhin sagen, hey, ich logge mich mit meinem Username Morpheus beim VPN ein und mit meinem Passwort, das ich halt für den Morpheus-Account gewählt habe. Das ist genau gleich geblieben. Was ich jetzt zusätzlich noch brauche, ist, ich kann mich nicht mehr ohne Zertifikat einloggen. Und das wird einfach nicht mehr möglich sein. Das wird jetzt verlangt. Ich brauche noch zusätzlich zu meinem normalen Login ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat kriegen wir, wenn wir hier auf den Download-Button gehen. Also für den Tutorials-Guy. Das ist quasi für meinen User gelinkt. Und jetzt kann ich das hier runterladen. Aber hier nochmal kurz der Hinweis. Geht hier auf File-Only. Beziehungsweise, wenn ihr Viscosity benutzt, dann nehmt die Viscosity-File. Aber nicht auf Archive. Denn wenn ihr auf Archive klickt, dann bekommt ihr, ich zeige euch das mal eben. So, dann bekommt ihr hier im Ordner ein OpenVPN-Ding. Ja, quasi die ganz normale Datei, mit der ihr euch halt anmelden könnt. Und ihr bekommt eine P12-Datei. Und diese P12-Datei müsstet ihr jetzt in den OpenVPN-Client einbauen. Das ginge hier theoretisch unter Certificates and Tokens. Hier kann man sogar Hardware-Tokens übrigens einbauen. Das ist super geil. Kann ich euch auch noch irgendwann zeigen, wenn ihr daran Interesse habt. Aber ich komme ja nicht mal mit dem normalen OpenVPN auf den Server drauf, weil der OpenVPN-Connect-Client bei mir broken ist. So, jetzt kann ich hier allerdings ein Zertifikat importieren. Das machen wir mal. Wir gehen hier auf den MainVPN-Tutorials-Guy. Und gehen hier drauf. Und ihr seht, es passiert halt nichts. Der Client hier kann dieses P12-Format nicht lesen. Es geht nicht. Dementsprechend ist es natürlich auch klar, dass hier das Ganze ein bisschen broken ist. Unter Linux sollte das übrigens kein Problem sein. Der Linux-Client kann eigentlich alles. Der Windows-Client ist halt einfach echt schlecht. Weswegen ich im nächsten Video dann noch was anderes mit euch machen möchte. Und deswegen aber auch trotzdem hier auf File-Only gehen. Da wird alles in eine Datei gepackt. Also inklusive Zertifikat. Das steht dann am Ende alles in der OpenVPN-Datei drin. Und dementsprechend gehen wir hier einmal auf Download. Laden das runter. Und jetzt haben wir hier eine einzige OpenVPN-Datei, die wir hier reinziehen können in den OpenVPN-Client. Und uns dann verbinden können. Und damit haben wir eigentlich alles, was wir brauchten. So, und ja, hier an der Stelle nochmal die Anmerkung. Es tut mir sehr leid für die Windows-Benutzer. Ihr habt wahrscheinlich keinen Spaß. Es tut mir auch sehr leid, dass wir nicht ohne weiteres eine VM, eine virtuelle Maschine benutzen können. Denn, ja, es ist alles mit IPv6 gemacht. Das heißt im Endeffekt, ihr braucht entweder eine virtuelle Maschine, die mit IPv6 konfiguriert ist, was echt nicht so ohne ist. Oder ihr braucht tatsächlich am Ende einen Linux-Client, um euch hiermit zu verbinden für dieses Setup. Und ja, das ist der Punkt, warum ich euch das hier nicht zeigen kann. Mein Linux ist momentan ohne Aufnahme Setup. Das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt und das soll auch tatsächlich so bleiben, weil mein Linux in privater Benutzung ist und natürlich auch in betrieblicher Benutzung. Aber halt nicht zum Aufnehmen, weil unter Windows ist halt Kamera und so weiter und die hat immer noch keine Treiber für Linux. Aber das Thema kennen wir. Und in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ihr könnt es gerne bei euch probieren. Und für nächstes Video habe ich was anderes noch mit euch geplant, eben auch für die Windows-User, die was hier benutzen können. Alles klar, dann war es das. Bis zum nächsten Mal und hoffen wir, dass OpenVPN seinen Connect-Client unter Windows fix. Bis dann. Ciao.